Das Rampenfest ist eigentlich unser Geschäftsanlass, den wir einmal im Jahr machen. Das heißt, wir machen kein Weihnachtsessen, wir machen kein Weihnachtsgeschenk, wir machen nichts, sondern einfach einmal im Jahr können alle unsere Kunden kommen. Hier die Rampen, es gibt Pizza und uns geht es darum, dass die Leute und unsere Kunden sich gegenseitig kennenlernen und es vielleicht auch ein bisschen Synergie gibt. Wir machen das mittlerweile seit sieben oder acht Jahren, wir wissen es nicht mehr so genau, und es hat sich wirklich bewährt. Dieses Jahr war eine spontane Idee, weil die Kyburts ja auch unsere Nachbarn sind in der Industrie. Ich denke, es wäre cool, wenn so die Gäste einen E-Rod fahren könnten. Darum habe ich mich dann gemeldet und sie haben dann sehr spontan zugesagt und darum haben wir für den Abend einen E-Rod gehabt. Jetzt bin ich aufs Einem Es war ein cooler Abend. Ich glaube, es gab viel mehr Leute als in den letzten Jahren, die auch noch spontan gekommen sind. Das ist sehr schön. Wirklich einfach eine gute Stimmung. Wir hatten schon coole Kunden. Ich glaube, es gab wirklich auch wieder gute Synergien zwischen den Leuten und einfach gute Gespräche. Das ist cool. Wie ist Pizza? Steht ihr nur wegen Messer da? Ja. Ist es eine gute Pizza? Nein, aber die CCW macht auch super IT. Wir sind überzeugt. Es gibt es nächstes Jahr wieder. So Mitte August, Ende August. So grösser ordentlich wie dieses Jahr. Und wenn ich euch dann vergesse einladen, dann kommt gleich. Vielleicht. Vielleicht schaffen wir es ja dann mal alle einzuladen.